fängt schon wieder geld an viel zu laut so jetzt können sie passen ja da wir in der letzten folge den es ist die aber ich weiß ich weiß ich weiß nicht mehr ich glaube dass ein diablo war das kann nochmal gucken ja so ja ich bin wieder fast gesund nur nach der husten der hält sich mittlerweile seit zwei wochen immer so ganz kurze impulse jetzt kann das ist mal so mal so jetzt kann für drei stunden ruhr sein und dann muss ich mich wieder halb übergeben ich weiß gar nicht was was steht denn eigentlich an ich habe ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt so tägliche auszahlung 13.000 das ist nicht so unbedingt viel können wir löschen die brauchen wir nicht ich warte auf die antwort von der freundin die ist irgendwie keine ahnung weg so will spin hammer wow ein bisschen lauter machen boni haben wir nur noch einen das dauert noch ein bisschen so ein bisschen lauter für mich ich habe ja gesagt wir machen eigentlich nur autotour fortsetzen genau machen eigentlich jetzt nur noch die haupt story und das war's dann denn es macht jetzt nicht wirklich viel sinn mehr als nur die haupt story zu spielen man vielleicht der multiplayer irgendwann dankeschön autotour fortsetzen mhm classic rally mhm oder hot wir machen mal hot match was haben wir denn da ein renault clio s rs das kleine turbo schwein mit heck antrieb oje die haben alle heck antrieb ne front antrieb bin ich bescheuert server wird kontaktiert warum gibt es echt immer nur diese möglichkeiten man mini honda fiat abad die romeo sieht ganz gut aus ne also von den allen jetzt ne ich nehme den vielleicht so ein schönes res rot was sind die musiken die ist so leise kaput machen wir mal kaput ja 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 was hat sich eigentlich jetzt die ganze woche getan das war ja wieder eine woche aufnahme pause ich habe versucht mich so weit zu regenerieren wie möglich ist auch alles weg bis auf diesen husten ich verstehe es nicht und das war eines der besten rennen die ich seit langem gesehen habe ihr habt im horizon heute alle ehre erwiesen also die nächste etappe unserer autotour führt uns in das wunderschöne dorf sammata denkt daran autotouren sind keine rennen habt spaß genießt die landschaft und dort solltet auch ihr sein bis gleich nach diesem sound so ja wir biegen nach links ab nachdem ich groß zu da ähm was hat sich so groß getan eigentlich nichts bis auf diese frage die mich echt langsam nervt wo habe ich den bmw m6 her jetzt nochmal für alle ich habe den bmw m6 durch ein code bekommen microsoft hat mir eine e mail geschickt wo drei codes drin waren der lamborghini gallardo ein audi rs4 und der bmw m6 coupé ne jetzt mal für alle warum ich weiß nicht ich denke mal ich bin definitiv nicht der einzige es wird so oder so irgendwo noch jemanden geben der das auch bekommen hat aber ich denke mal der wird sonst erstmal nur als dsc raus gehauen ne denk ich mal und bis das dsc kommt das kann dauern ich bin der glück ich habe den halt umsonst gekriegt nicht dass ich mich darüber beschweren würde aber äh ich bin halt besser als ihr ne was oh wenn wir den auftunen da wenn wir den auftunen den kleinen hier dann haben wir so ein richtiges turboschwein so ein auto noch dann haben wir die 160 dann geht es auf die 180 zu ach ja das ich bin um ehrlich zu sein echt froh wenn ich dann die hauptstorie hier bei forsa durch hab dann kann ich so fahren wie ich will und auch wann ich will weil so muss ich halt immer auf die aufnahme warten und das ist halt jeden freitag ne das hasse ich bei autodrücken ich will auch mal fahren aber ich will auch alte v oh äh da autos haben so jawoll und 180 heute und morgen ich muss eh nach der aufnahme gleich rendern damit die folge noch heute am freitag an halloween rauskommt heute also den halloween tag fällt dann mordor schatten definitiv aus schaffe ich einfach nicht morgen bin ich mit der freundin weg das heißt das schaffe ich auch nicht ah rechts also was heißt weg ich äh werde dann auch aufnehmen aber ich werde es nicht schaffen die folge abends noch rauszuhauen das heißt erst am sonntag wieder mordors schatten so da sind wir nun und das fängt pünktlich an zu regnen ähm hallo ich freue mich sowieso dieses jahr auf richtig geile spiele bzw nächstes jahr willkommen bei der hot hatch meisterschaft in dieser gruppe sehen wir immer gute rennen weil die kleineren autos etwas bessere chancen auf ein hinterhältiges manöver in der letzten kurve haben na los dann such dir mal ein rennen aus und mit der meisterschaft anzufangen nehmen wir gleich das hier um die ecke ne rundstrecke ähm sie haben ihr ziel erreicht auf eigenes gibt so viele spiele dieses jahr das ist uns creed unity auf darauf freue ich mich irgendwie obwohl mir das vierer gar nicht gefallen hat also black flag freue ich mich so mehr auf unity weil ich diesmal hoffe dass die endlich mal was gepatcht haben bzw den fenstermodus weil ich spiele nur im fenstermodus den grund habe ich glaube ich schon mal gesagt und naja sonst noch für the crew project cars ähm call of duty advanced warfare habe ich mir auch jetzt vorbestellt die goldene edition natürlich letztens habe ich mir noch ghost geholt ui da muss ich sagen bei ghost ähm ich habe mir damals äh gleich ich war einer der ersten natürlich der das wieder bis vorbestellt hat so wie man mich halt kennt und ich kam mit mit ghost überhaupt nicht zurecht damals und habe damals um die 120 euro ausgegeben mit viel dlcs und allem scheiß dreck und noch mehr oder noch mehr ausgegeben ich weiß es nicht wie viel auf alle fälle habe ich es wieder zurückgegeben weil ich das spiel einfach so schlecht fand ich habe es auch erstattet bekommen das finde fand ich auch ganz toll letztend vor einer woche ungefähr war es im angebot auf steam habe ich mir gedacht hm mach mal kannst du noch mal probieren ich habe mir noch mal ein paar gameplays von anderen leuten anderen youtuber angeguckt und hab dann doch gesagt komm gibst du dem spiel nochmal eine chance und äh diesmal hatte hat das spiel doch mich ein wenig überzeugt also ich spiele es zwar nicht oft aber ich spiele es immerhin genauso wie battlefield ich spiele beide die freundin werde ich dann morgen noch sims geben die will unbedingt sims haben und da ich sims nicht oft spiele schenke ich ihr das ah dieser hohen sohn ich habe bei motorsport 5 mit dem bremsen ein bisschen geübt und zwar bremst man am effektivsten wenn man am controller möglichst wenige vibrationen spürt beim bremsen dann bremst man am besten weil man weil die räder dann definitiv mehr traktion haben so kann man später bremsen und auch schnell äh stärker weil wenn die räder anfangen zu blockieren springt ja das aws an das heißt die äh gehen dann immer auf und zu auf und zu äh die bremsblöcke und das 16 mal in der sekunde also richtig viel oder richtig schnell ja komm na also und auch das ähm ja das bremsen habe ich einfach ein bisschen geübt jetzt habe ich definitiv mehr gefühle in der bremse kann so später bremsen und auch genauer genauso wie mit dem kurven fahren das habe ich versucht alles zu optimieren dass man so am schnellsten und auch am besten durch die kurven kommt weil wenn man richtig fair das ist immer so man muss beim beim rennen fahren muss man nicht immer der schnellste sein sagen viele du musst beim rennen der schnellste sein nein eben nicht man muss taktisch klug fahren wenn man das drauf hat kann man eigentlich so ziemlich jedes rennen gewinnen natürlich ich meine du kannst dich gegen äh du kannst dich mit einem keine ahnung mit einem peugeot 108 kommen weißt du der ganz kleine und kannst nicht gegen einen aventador antreten das geht natürlich nicht die klassen müssen unbedingt gleich ungefähr gleich sein aber wenn durch die beschleunigung oder so der gegner einen vorteil hat kannst du das durch die fahrtaktik wieder ausgleichen so 12 minuten 40 die folge ist zwar etwas kurz aber ich muss die raushauen unbedingt weil ich will dass die heute noch kommt das heißt gleich rendern und dann hochladen und auch noch mal was trinken natürlich und dann sehen wir uns auch morgen wieder beziehungsweise den samstagabend und da bin ich wieder fast gesund starten wir die nächste folge oder seit langem ich wünsche euch noch frohes frohes halloween und ich hoffe dass sich die frage endlich geklärt hat wo ich den m6 her habe sonst schreibe ich in zukunft nur noch guck bei dieser folge da erkläre ich es weil mir geht das um echt zu sein langsam auf den sack also wie gesagt fast gesund ne ist doch nicht ganz ich weiß auch nicht was das für ein husten ist ich war schon ein paar mal beim arzt da ist es echt seltsam das war schon das war schon wöchentlich ist es das war schon ich habe schon das war schon auch schon das war schon ich habe schon WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR